Archer Alexis González Madrigal Varona Vila, 1, 11. August 1967 in Sancti Spiritus, ist ein kubanischer Choreograf und Model. 2011 nahm er auch die deutsche Staatsangehörigkeit an. Er wurde als Laufstegtrainer in der Castingshow Germany's Next Topmodel bekannt. Seit 2013 ist er Jurymitglied der Tanzsendung Let's Dance. 1. González verließ Kuba mit 17 Jahren aufgrund seiner dort tabuisierten Homosexualität. 2. Um Radioökologie an der Comenius-Universität Bratislava in der Slowakei zu studieren. 3. Er beendete den Studiengang 1991 mit einem Diplomabschluss. Bereits während des Studiums nahm González vor allem in Prag verschiedene Modeljobs an. Nach dem Studium zog er nach Hamburg und ist seither als Stylist, Imageberater und Choreograf von Modenschauen tätig. In letzterer Funktion war er bereits für verschiedene Designer wie Laura Biagiotti und Vivian Westwood tätig. 4. 2009 trat González die Nachfolge von Bruce Darnel als Choreograf und Trainer der Modelcasting-Show Germany's Next Topmodel unter der Leitung von Heidi Klum an. Sein extravagantes Auftreten und seine ausgefallene Kleidung verschafften ihm innerhalb kurzer Zeit hohe mediale Aufmerksamkeit. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung etwa nannte González den heimlichen Star der Sendung und beschrieb ihn als fleischgewordenen Stöckelschuh. 5. González war mehrfach in der populären deutschen Late-Night-Show TV total zu Gast. 2010 nahm er eine Musik-Single mit dem Titel Chicas Walk auf, die auf dem Label Ministry of Sound erschien. 6. Seit 2011 spielt González regelmäßig im Rahmen des Benefizspiels zugunsten herzkranker Kinderkicken mit Herz im Team der FC St. Pauli Allstars gegen die Placebo-Kickers Hamburg. 7. 2011 und 2012 entwarf er in Zusammenarbeit mit dem Modehaus Musprie 4 Chicas Walk, Party und Glamour-Kollektionen für den Online-Handel des Unternehmens. Im März 2012 hatte González in zwei Folgen der Telenovela Anna und die Liebe sowie im Oktober 2012 in der ZDF-Serie Notruf Hafenkante einen Gastauftritt. 2012 und 2013 machte er Werbung für ein Haarentfüllungsprodukt und entwarf die Kostüme für die kubanische Tanzshow Ballet Revolution. Seit 2013 ist er Jurymitglied der Tanzsendung Let's Dance und moderiert die Sendung E. Factor Barche González beim Spartensender E. Entertainmentell Willen Im Juli 2014 bekam Barche González seine eigene Sendung Chica Walk Academy Barche González auf Vox. 2015 wurde er Jurymitglied beim Let's Dance-Ableger Stepping Out. Im Januar 2016 war er Gast in der WDR-Sendung Zimmer frei. Im Januar 2017 wurde er Teil des Team Boulevard Bad O'El der Stars, die Z1 Promi Arena. Er gibt eine Parfüm-Kollektion heraus und war 2013 Testimonie für Herstyling-Produkte eines japanischen Herstellers. Punkt Punkt Punkt